So, auch zu Corona-Zeiten muss man ja mal ein bisschen raus, aber guck, niemand da. Die halten sich alle dran und bleiben zu Hause oder gehen halt arbeiten. Aber bei dem schönen Wetter, was soll man da den ganzen Tag zu Hause machen? Steining in die Menschheit, das ist eine Katze. So, auch wenn man da den Tag braucht, wird es nicht so schwer haben. So, auch wenn man da die Zufänen an reicht, dann ist es, schon ab. Untertitelung des ZDF, 2020